Mein Name ist Stefan Heidkamp, ich bin Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Seit 2007 zunächst als freier Mitarbeiter in der Kanzlei Mioff-Kettler-Eising und Partner in Münster tätig. Dann seit 2009 bin ich dort Partner geworden. Wir sind eine Kanzlei, die mit rund 100 Mitarbeitern an den Standorten Münster, Steinfurt und Lüdinghausen mehr als 1500 Mandate aus allen Branchen und Bereichen betreut. Kommen Sie auch mit in mein Büro. Mein Arbeitsschwerpunkt liegt bei der Betreuung mittelständischer Unternehmen. Dabei handelt es sich meist um inhabergeführte Gesellschaften, sodass ich auch die Inhaber in allen steuerrechtlichen Fragen betreue. Die persönliche Bindung zu meinen Mandanten ist ausgesprochen intensiv. Unsere Kanzlei ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen, sodass wir intern unsere Prozesse neu organisieren mussten. Auch das Informationsmanagement für unsere Kanzlei. Weil jeder Fall anders ist, nutzen wir die NWB-Familie. Dort finden wir praktisch immer eine Lösung, auch wenn es mal sehr speziell gilt. Gut finde ich die Medienvielfalt. Meine NWB kann ich jetzt sogar auf dem iPad lesen. Die Datenbank nutze ich am PC und am Smartphone. Stefan Heidkamp ist einer von über 30.000 Steuerprofis, die erfolgreich mit der NWB-Familie arbeiten. Gehören Sie auch dazu? Testen Sie unser Gratisangebot, vier Wochen lang kostenlos. Webaut am nicht so. Sie müssen wir hier rohlen stellen. Stehen Sie doch immer brauche.